Musik Musik Schon seit jeher leidet die Menschheit unter Konflikten und Auseinandersetzungen, die allein durch äußerliche sowie kulturelle Unterschiede hervorgerufen werden und auf Hass und Rassismus basieren. Doch worin begründet sich dieser Hass? Die Angst vor der Fremdartigkeit? Vorurteile? Negative Erfahrungen? Ist es nicht dasselbe Herz, das in uns schlägt? Dasselbe Lächeln, das unseren Tag erhält? Die Freude und Liebe, die uns Menschen miteinander verbindet? Rassismus zerstört all dies, macht kalt und gefühlslos. Blinder Hass macht den Mensch zu Bestie. Unbeschreiblich viel Leid hätte verhindert werden können, wenn man nur einen kurzen Blick hinter die Kulisse der anderen gewagt hätte. Das Gefühl, ein Fremder in einer noch befremdenderen Gesellschaft zu sein, gemieden, vielleicht auch ausgeschlossen? Nur die konstruktive Auseinandersetzung mit der Situation, der Kultur und Tradition unserer Mitmenschen kann uns eine faire Beurteilung des anderen und somit Verständnis und Mitgefühl verleihen. Die Farbe unserer Haut macht uns zu keinem besseren oder schlechteren Menschen, denn unter ihr sind wir alle gleich. Allein schon mit einem offenen Herzen und zwei offenen Armen kann jeder Einzelne zu einer besseren Welt beitragen. Deshalb schau nicht weg, sondern sag Nein zu Hass und Rassismus. And I think to myself... Yes, we can. Thank you. What a wonderful world.